Wir sind live beim großen Arkham-Kampf. Batman, hast du das, was man braucht? Ich bezweifle. Wunderschönen guten Tag, Abend oder wann auch immer das Video schaut und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Batman Arkham Asylum mit mir, dem Robin. Für gewöhnlich würdet ihr jetzt wahrscheinlich rechts unten meine Facecam erwarten oder gegebenenfalls Segmente aus der Kampagne, die jetzt hier in Form von Cutscenes oder Ähnlichem euch entgegenkommen. Aber diese Folge ist eine spezielle Folge und zwar werde ich euch hier in der Folge als Videomaterial ein bisschen zeigen, was es noch so gibt neben der Kampagne. Und zwar gibt es so Herausforderungsmodis, wo man so ein bisschen nach Highscores und sowas spielen kann. Da habe ich euch mal drei rausgesucht, die werde ich jetzt im Hintergrund laufen lassen. Das ist einmal zweimal Kampfsituation, einmal so auf Schleichbasis quasi oder besser gesagt im Schleichmodus. Ja, warum mache ich dieses Video? Also aktuell steht dieses Projekt nicht so unter einem guten Stern. Ich habe momentan eigentlich nur Probleme mit dem Programm bzw. mit dem Spiel an sich. Ich habe ja erst vor nicht mal vier Folgen oder Pi mal Daumen vier Folgen musste ich ja den eigentlichen Speicherstand von dem Spiel wiederherstellen und habe dann zwischen den ersten, zwischen den eigenen, oder ich glaube es sind sogar länger als vier Folgen her. Ist aber auch egal. Auf jeden Fall habe ich inzwischen zwei Aufnahme-Sessions, habe ich dann eine kleine Pause eingelegt, habe dann sogar noch extra mir die Zeit genommen und nochmal privat quasi so nebenbei die Riddle-Rätsel alle freizuschalten, damit wir vom Level her noch höher steigen. Und dann kam die letzte Aufnahme-Session, die ihr auch noch gesehen habt. Danach folgten aber eigentlich nochmal von der Menge her ungefähr vier weitere Folgen, die ich aufgenommen habe, wo aber das Aufnahmeprogramm mir die Details herausgespuckt hat, aber so, dass ich sie nicht mehr verwerten kann. Sprich, das eigentliche Videomaterial, das ist unleserlich. Ja, und damit komme ich auch schon zum Hauptproblem von dem, was ich halt euch in dieser Folge jetzt erklären wollte. Und zwar, ich habe überlegt, was ich mache, weil ich sage euch ganz ehrlich, ist es halt leider schade, dass bei dem Spiel man nicht irgendwie rückgängig irgendwie Speicherstand erladen kann, wie beispielsweise bei Skyrim oder anderen Spielen, die ihr kennt. Da muss man sich halt auf den Speicherstand verlassen. Und wenn halt eben sowas passiert, gerade bei Aufnahmen, ist es natürlich relativ schwierig, Sachen rückgängig zu machen. Jetzt habe ich mir überlegt, was ich mache. Spiele ich nochmal das ganze Spiel und wieder bis dahin durch? Dann müsst ihr aber wieder die ganzen Riddle-Rätsel einsammeln, also Unmengen an Zeit, die quasi ins Land fließt. Oder gibt es vielleicht noch eine andere Option, die ich vielleicht wählen kann, damit ich quasi euch ein bisschen das Videomaterial wiederherstellen kann oder euch irgendwie in der Hinsicht euch trotzdem noch mitnehmen kann, was innerhalb dieser Stunde passiert ist. Deswegen habe ich versucht oder beziehungsweise bin jetzt zum Entschluss gekommen, um dieses Video zu wählen, um wenigstens für diese eine Stunde irgendwie einen Lückenfüller zu finden, damit ihr wenigstens halbwegs auf dem, wo wir nach dieser Aufnahmesession eigentlich sind. Ich hoffe mal auch, dass bis dahin oder beziehungsweise in der Zukunft einfach keine weiteren solche Probleme mehr kommen werden, weil ich sonst nicht weiß, was das dann für dieses Projekt bedeuten wird. Ob ich es dann kurzzeitig erstmal auf Eis lege, bis ich dann halt wieder die Lust und Energie dafür habe, dann nochmal den Speicherstand bis dahin wieder aufzubereiten und dann das Spiel weiter in Angriff zu nehmen. Oder ob ich vielleicht einfach sage, dass ich das in Zukunft vielleicht immer mal in einem Stream vielleicht nochmal anzocke beziehungsweise dann einfach den Rest durchzocke. Aber soweit will ich erst gar nicht denken. Deswegen will ich jetzt einfach die Folge nutzen, einfach euch nochmal erzählerisch quasi auf den Stand zu bringen, wo wir eigentlich waren, da auch witzigerweise nicht viel passiert ist in der Folge, was erwähnenswert ist. Wie gesagt, wir hatten auf jeden Fall Folgenmaterial von einer Stunde bis einer Stunde zwanzig. Und wir sind leider stehen geblieben an einem der wahrscheinlich, ich sag mal, gruseligsten und spannendsten Punkte, und zwar bei Killer Croc. Aber tatsächlich war es witzigerweise relativ schnell die Luft draußen. Also die Spannung war gar nicht mehr so dann im mittleren Teil da, denn im Prinzip hat man durch den Sensor gewusst, in welche Richtung man laufen musste. Man musste halt langsam laufen und nicht zu schnell, damit er dich nicht von unten aus dem Wasser halt reinziehen kann. Und wenn er halt erschienen ist, musstest du halt aufpassen, dass du halt dann mit einem Boomerang ihn in deinem Kopf triffst, weil dann ist er dann mal an den Chatter angegangen. Hat ihn einem Schock gegeben und ist dann dementsprechend ins Wasser gefallen. Deswegen war eigentlich das Thema auch relativ schnell erledigt. Wir haben alle Sporen fürs Gegenmittel gesammelt und sind dann eigentlich auch relativ schnell zur... Nachdem ich mich auch mehrfach verlaufen habe, deswegen, wie gesagt, ist das nicht so viel Spannendes passiert in den Folgen, sind wir zur Bad Höhle wieder zurückgelaufen, haben dort das Gegenmittel erstellt und haben unsere Bad Claw, also unsere Kralle, haben wir abgegradet, mit der wir jetzt nur drei Ziele gleichzeitig angreifen können beziehungsweise erfassen können und können Schwachstellen in Mauerwerken, also die man normalerweise mit dem explosiven Gel zerstören kann, kann man nur noch aus der Ferne mit den drei Klauen gleichzeitig einfach ziehen. Gibt den Vorteil für mich natürlich, wenn ich dann die Riddle-Rätsel zu Ende machen will, sprich 100% erreichen will, kann ich jetzt auch die restlichen Schwachstellen, wo ich nicht rankam, wo ich dann die dementsprechend übrig lassen musste, kann ich jetzt absolvieren, damit ich die 100% bei Riddle erreiche. Für euch vielleicht nicht so wild, weil ich, wie gesagt, das alles wahrscheinlich privat machen werde, damit ihr einfach nur seht, haben wir abgeschlossen, beziehungsweise wir haben alle Upgrades, Abfolge X. Und danach ging es eigentlich im Prinzip nur noch darum, irgendwie zu Poison Ivy zu gelangen und dann sind wir auch tatsächlich auch stehen geblieben. Natürlich könnt ihr euch denken, dass während der Phase von Crocs Versteck und Poison Ivy, wo wir gerade noch auf dem Weg sind, wir sind noch nicht bei ihr angekommen, natürlich einige Kampf-Szenen kamen und gerade auch eine größere Battle-Szene, wo auch wieder zwei von Jokers Titanen-Mutanten quasi auf uns gebadet haben und dann da das übelste Geballer gab. Aber ich denke mal, gerade sowas ist ja für die Kampagne jetzt nicht mehr so zwingend wichtig zu erzählen, deswegen kann man das auch relativ vernachlässigen. Während des ganzen Prologs, sprich der Weg von Killer Crocs Versteck raus in die Betthöhle und dann von der Betthöhle raus Richtung dort, wo eigentlich Poison Ivy momentan sich versteckt oder ist, war natürlich ein Prozedere, wo man natürlich auch gemerkt hat, okay, sie nimmt immer mehr an Kraft zu, die Insel verändert sich immer mehr und mehr und wir mussten auch andere Wege nehmen, um überhaupt wieder auf die Insel drauf zu kommen, also sprich die Eingänge von der Betthöhle sind momentan komplett blockiert. Ich bin gespannt, wie sich das nochmal entwickelt, ob dann, wenn wir jetzt Ivy besiegen, ob dann die ganzen Gänge wieder frei sind oder ob die irgendwie dann trotzdem noch weiterhin blockiert bleiben und was ansonsten noch so zwischen den Folgen passiert ist, also beziehungsweise innerhalb der Folge oder den Folgen passiert ist, wo ich halt gerade vorbeikam, wo ich zum Beispiel wusste, okay, da komme ich jetzt nicht mehr zum Beispiel so oft vorbei oder komme zum Beispiel privat auch da vielleicht nicht mehr so einfach hin, habe ich natürlich auch versucht, da dementsprechend die Riddle-Räte schon mal vorher abzuarbeiten, damit ich das nicht mehr machen muss. Das heißt, das war auch so einer der Gründe, warum zum Beispiel dann dementsprechend die Zeit oder beziehungsweise die Zeit, die ich hier aufgenommen habe, dann auch dementsprechend nicht so viel Kampagne Gott sei Dank passiert ist. Und ja, deswegen auch, wie ich mich dementsprechend entschlossen habe, dann das einfach so in einem Video nochmal kurz zu erklären, aufzufrischen sozusagen und dann so hoffentlich relativ gut und entspannt in die nächste Folge zu starten. Und ja, ich will gar nicht drüber großartig nachdenken oder mir ausmalen, was ist, wenn nochmal irgendwas passiert, wieder der Speichelstand irgendwie corrupted, also kaputt ist oder sonst irgendwas ist. Dann muss ich einzig über das Projekt nachdenken, aber ich freue mich auf jeden Fall einfach auf die nächste Folge, hoffe, ihr seid weiterhin mit dabei. Und ja, im Zweifel ist es ja auch nichts Verkehrtes. Wenn ihr nochmal das Spiel vielleicht nochmal selber durchspielen wollt, dann ist das die Gelegenheit, um nochmal das Stück Kampagne nochmal nachzuholen. Ist zwar keine 1a Entschuldigung oder Argument dafür, aber ja, man muss immer das Positive dran sehen und so versuche ich es zu sehen und ich hoffe ihr auch. Dementsprechend hoffe ich, dass euch das kleine Video trotzdem noch gefallen hat. Ihr dadurch auch nochmal einen Einblick bekommen habt über die Herausforderungssegmente in dem Spiel und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute. Macht's gut und haut rein.